Ach Freunde, es ist schon wieder um die 6 Tage her, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Doch was habe ich in diesen Tagen überhaupt gemacht? Nun ja, jedenfalls habe ich auf YouTube so ein paar Videos geguckt und... Irgendwann trabe ich auf dieses Video und... Alter! Was? Ich bin der Scheiß-King. Ich herrsche über das ganze Land. Nun ja, also ich muss zugeben, so jemanden als Präsidenten zu haben, ist schon viel, viel besser als Donald Trump. Der Typ, der sagt einfach genau das, was Punkt ist. Und das gefällt mir. Macht euch bereit für das Wahlkampagnen-Video über... Wie heißt der eigentlich? Wasser. Jeden Tag aber tausende Liter Wasser. Ein immerwährender Strom, der das Land verschluckt, verbirgt und dann wieder preisgibt, sodass der Sand Atem holen kann. In den nächsten 6 Stunden werden das Watt, die Salzmarsch und die Priele zum Vorschein kommen, nur um erneut überschwemmt zu werden. Fick dich, Apparat! Huh?